Moin Leute und herzlich willkommen zurück im 18. Part von Let's Play The Last of Us. Und das letzte Mal haben wir hier, da waren wir da in diesem coolen Gebäude mit diesen ganz vielen Affen da. Und haben den scheiß Ausgang erst nicht gefunden. Da gab es ja die Premium Premium Folge, nur für Premium Abonnenten nächstes Mal. Das war ja eine Schnubberfolge. Silence and Tolerance, vielleicht Death. Na denn, was steht da denn noch? Another three soldiers dead, what it's going to take, gib ab. Er hat eine Waffe! Scheiße, Alter. Ich komm mal raus. Damit hab ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Da bist du ja! Hey Mann, doch mal, wir können das doch regeln, okay? Jetzt hab ich wegen dir das verschwendet, Mann. Oder kann ich direkt noch ein neues bauen? Jawohl. So. Weiter geht's. Das geil ist, ich wollte eigentlich gar keinen Part. Ist es immer noch Donnerstag übrigens bei mir. Ich wollte eigentlich nur drei Parts aufnehmen, das ist schon der vierte. weil er mir gesagt hat ja wenn ich jetzt beende werde ich 15 minuten zurück geworfen wäre dann vor diesem geilen haus gewesen jetzt kein bock normal zu spielen also muss ich jetzt noch ein paar aufnehmen ich habe ich mal sagen kann man nichts machen ich wollte mir noch medikit und so weiter so kann man auch die party noch mehr wird sich verraschen Da sind noch mehr. Los, schnell mit dem Dracker. Okay. Hauen wir ab. No Hope steht da. So hast du. Die Stille? Das kommt mir auch bekannt vor. Sie haben uns nicht gesehen. Ich glaube von der ersten... Die drei Präsentationen. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Da freue ich mich ja schon drauf. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir rauf hilfst, kann ich das Brett bewegen. Na super. Können wir da irgendwie so eine Hütte rein oder so und dann darüber? Ich komme wahrscheinlich nicht rein. Die auch nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr. Wie soll ich ihr denn rauchen? Aber dann können wir ja den Nathan Drake machen und darüber springen. Können wir da dann in den Container rein oder so? Hey, da ist wieder eins von diesen Floßdingern. Taugt das was? Wo, wo, wo? Guck da hinten. Wollen wir jetzt erstmal gucken, ob wir drin was ist. So rein können wir auf jeden Fall schon mal. Dann ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Gucken. Nein, wird zwar mit Sicherheit was geben. Na, scheiße, da lag gerade schon was. Ist natürlich nichts drin. Bisschen Alkohol. So. Das war's anscheinend. Warten mal, wir können hier... ok die sollen wir dann das brett holen und dann blablabla na ja ich weiß dass das auf geht wasser da zieht so lecker aus weil geile sie laufen auch ich hoffe die haben mich jetzt nicht gesehen ich glaube die schießen auch irgendwelche leute noch taschenlampen ja aufsteigen und so irgendwo hängig soll ich hier überhaupt hin bringen kann also wo genau irgendwie da dass sie an das scheiß ding dran kommt man dreh die scheiße doch der jetzt hoch ja jetzt muss ich nicht das brett so hin wie die bin ich doch schon lange mensch wäre schön aber ich bezweifle also jetzt ist ihnen ins wasser gefallen das ist nicht geil ich komme glaube ich in ich komme runter war noch etwas für dich bevor alles scheiße war meine ich kommt jetzt auch mal oder muss ich irgendwie helfen so mal gucken gewinnt hier was schönes da liegt doch was hier kann ich mit irgendwer im spiel ich vermisse kaffee wo kommen wir rein ist so an der wand sehen was wir finden an der wand an dieser hier niemand an jawohl ich würde mal sagen mit der leiter kommen wir da hoch wo auch immer jetzt ich denke mal da direkt geradeaus aber noch mal ein bisschen umgucken auch schon an der wälder hat hier kann ich drüber oder was Das machen wir schön. Jetzt habe ich natürlich kaum noch Scheren zum Beispiel. Was? Ich habe es gar nicht zugehört, was sie gesagt hat. Irgendwas von wegen Schiff und so bringen die bla bla bla. Hier weiter, oder wo? Tupi, du, das kenne ich sogar. Wie viele sind das jetzt? 1, 2, 3. Ich meine, da entsteht nur einer, den kann man ganz leicht erkennen. Huh, das sieht aber ein bisschen anders aus, als auf der E3-Demo. Komm, komm, schneller, schneller, schneller. Wir merken, dass hier eine Stange liegt. Die werde ich wahrscheinlich gleich holen können, wenn meine kaputt ist. Ich glaube, hier geht es gar nicht weiter. Oh, super. Oh, super. Na, komm. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Na gut, der legt denn so, dass man den nicht unbedingt sieht. Oh, hier liegt nur ein Ziegel. So, jetzt mindestens noch drei. Wenn wir durchsuchen, ob es hier noch etwas Schönes gibt. Oh, da kann ich auch noch mal aufmachen. Super, was drin. Schuss habe ich denn jetzt in der Schleißkanone? 16, okay. Warten wir erstmal die... Zwei Schuss kann ich noch, dann bin es wieder voll. Geht denn das hier überhaupt nach oben? Wollen wir schnell nochmal hier gucken. Oh, eine Flasche, nein, ich will mein Ziegel haben. Ich treffe es irgendwo hier. Doch, hier ist eine Treppe. Ne, daher. Schauen wir mal gucken. Hier ist aber nichts. Das kann ich, kommt der jetzt runter? Ne, der ist kein hin. Der hier. Warte, ne, der kommt jetzt da hin. Oh, verdammt! Höh, er wollte ihn greifen und dann doch nicht. Scheiß, die anderen haben wir es jetzt gehört. Das ist natürlich nicht geil. Super. Er wollte zugreifen und dann hat das doch mit mir gemacht und dann hat er mich gesehen. Das war natürlich geil. Da konnte ich jetzt nichts zu hören. Oh, hier liegt sogar was. Vollenergie ist voll. Dreh dich mal um, verdammt. Nichts ist hier okay, Kollege. Wenn du tot bist, ist alles okay. Kommen die jetzt hier alle, oder was? Ich glaube, ich sollte mich hier verpissen. Schöne noch ankommen. Voll. Ich habe mich zum Glück nicht gesehen. Das ist natürlich jetzt scheiße, dass ich hier im Klo bin, wenn ich Emily bin. Emily blockiert hier wieder. Und meine Nase juckt. Aber ich juckt immer noch. Ah man Schön, der hat mich nicht gesehen Hier liegt jetzt auch noch eine Stange, das finde ich gut Scheiße, scheiße, scheiße Hallo Junge, gute Nacht Zumindest noch eine, aber ich glaube auch wirklich nur noch eine Ah, da kommt er Geh mal direkt wieder im Kreis und mach den dann fertig, würde ich mal sagen Jawoll, Alter, haben wir direkt schön verarscht Ich glaube, das war es auch, sonst hätte der denn jetzt nicht so ausgeschaltet und mich automatisch wieder ins Ding jetzt geworfen, sodass ich laufen kann Hier ist natürlich geil, Lumpen ist fast voll, Alkohol ist voll Ups, jetzt knatscht, knatscht statt, ist wieder so hässlich Und ich kann nichts machen, weil ich nichts brauche Wo war denn gleich können wir hier in Das könnte ich mal machen So, wo geht's jetzt her Braue ich nicht Stimmt, das ist das erste Mal, dass ich jetzt schön sneaky geschafft habe, ne Also mehr oder weniger, bis auf diesen dummen Bug da am Anfang Aber, wir haben mich ja nicht gesehen Das ist ja schon mal ein Erfolg, würde ich mal sagen Ich hab da noch mein Ziegel So, wo geht's jetzt, wo geht's jetzt überhaupt her Da verstehe ich das halbe, muss hier rennen Hier geht's auch gar nicht weiter Ich kann mir vorstellen, dass ich einen zweiten stoppen muss Hier, hier bin ich reingekommen Hm, hat da keiner was gehört? Wenn ich grad grad, wen reden gehört zu haben Tja, anscheinendlich Ich halluziniere schon wieder So, gucken wir mal, was wir mit zweiten Stocks ist Da war ich nur ganz kurz Weil ich hier wieder flüchten musste Warte, war da gar noch einer? Da ist echt noch einer Wird sich meine Sneaky-Serie kaputt machen Ich glaub, er kommt wieder zurück, oder? Dann kriegt er einen Ziegelwahnkorb gezogen Das war jetzt aber, glaub ich, der letzte So, was läuft sich hier denn so schwer? Auf dem Baseballschläger, ne? Ich hab, äh, ne dödlichere Wasser Und eine, die mehr aushält Und eine, die mehr aushält Oh, der ist immer noch nicht alle, Alter Drei Stück noch, ey Wo ist der Typ? Vor allem die werden jetzt alle hier hinkommen Das heißt, ich werd mich mal hier hinstellen Kurz warten Ich wollt eigentlich schon einen Cut setzen Wir sind schon wieder gut drüber, ey Ich hab gedacht, ja, gehst schnell noch aus dem Haus raus Ich hab keine Sau mehr da Vor allem Ellie sitzt da, der sieht ihn jetzt nicht Die Frage ist jetzt halt, wo genau steht der andere Typ? Ich mein, ich wette, der steht da auch im Gang Wo ist der Typ? Ah, der kommt nämlich jetzt auch Oh, oh, ich glaube, das endet böse Probier's jetzt, aber ich musste auf jeden Fall da weggehen Verdammt, ist er schon tot Ja, genau, knall deinen Freund ab Sogar echt gemord, laut, ey Scheiße, ist ja noch einer Nein, 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 nein Okay Oh, wo kam, wo kam denn der andere jetzt? Auf einmal, ey, der kam irgendwie von unten Oder so, ich dachte, ich hätte unten alle kaputt gemacht So ein Scheiß, ey Ja, bevor wir hier jetzt weiterspielen Denn diesmal hat er sogar gespeichert Dankeschön, dann darf ich nächstes Mal hier weiterspielen Finde ich gut, denn wir sind schon wieder drüber Ich wollte jetzt nicht nur so eine Premium-Premium-Folge machen Weil dann müsstet ihr ja 5 Euro bezahlen, hab ich ja letztes Mal ja schon gesagt, ne Also da, für solche Premium-Dienste Muss man dann auch Geld bezahlen, dann Spaß Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz Wir machen jetzt hier eine Pause Das war kein Spaß Und deswegen würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Schaltet auch das nächste Mal wieder ein Macht's gut, bewerten nicht vergessen Und Bananarama